Oh Gott, wir werden alle so sterben. Aber es hat irgendwie auch mit der Wider... Also da stand was mit G, aber ich konnte mich nicht wiederbeleben. Also ich bin direkt, als ich auf G gedrückt habe, gestorben, obwohl ich noch Zeit hatte. Das war auch irgendwie... Ja, du hast so Spritzen, was du dir geben kannst. Das ist wahrscheinlich Adrenalinspritzen. Aber ich hatte meine auch schon alle aufgebraucht. Jetzt können wir hier wieder auf bereit drücken, oder? Jetzt seht ihr eigentlich die Waffen, was ihr habt, oder? Ja. Schaut mal bei mir. Ja, die konnte ich nicht wechseln, die zweite. Hat der nicht angenommen. Ich hatte zwar drei zur Auswahl, aber der hat die irgendwie nicht angenommen. Was hast du noch für Stiefel da? Ich? Das habe ich irgendwie freigeschüttelt. Keine Ahnung, was konnte ich da hinzufügen? Welches Level bist du denn wieder? Acht. Was? Ich bin erst die. Ich bin drei. Was habt ihr eben alles schon gemacht hier? Ich habe nur eine Runde gespielt. Und jetzt die zweite mit euch, aber ich bin natürlich so gut. Ja, ja. Aber jetzt bist du wieder Jäger. Jäger jagt sie hoch. Nee. Äh, doch. Die Probe? Ja, aber bei Unumfogen. Sie ist nicht Predator. Du konntest auswählen zwischen Aufklärer, Sturmsoldat, Jäger und noch irgendwas. Ich glaube, vier Sachen waren da. Aber ich konnte nicht wechseln, weil ich das Level noch nicht hatte. Wieso habe ich jetzt eigentlich wieder Musik drin, obwohl ich die ausgeschaltet habe? Ich habe alles runtergedreht, das ist so laut. Ich weiß auch nicht. Ja, aber ich habe es weggehört. Wieso? Aber jetzt bin ich ein Mädchen. Aber ein Predator-Mädchen? Ein Hübsch. Die so komisch guckt, bin ich, glaube ich. Ich habe diesmal blonde Haare, nur damit ich es gesagt habe. Nicht auf den Blonden, bitte. Hallo, Mann. Meine Güte, sieh mir aus. Nee, wir sind aber nur zu zweit. Moment. Wieso steht bei mir jetzt MZ unten drunter? Wo bist denn du? Hinter dir. Hinter mir. Achso, da. Wieso habe ich denn... Achso, weil das mein Teamkamerad ist wahrscheinlich, steht der MZ. Du musst mich retten. Ich tue es nicht. Wieso? Ja, aber bist du jetzt das gegnerische Team, Pru, oder? Ich bin der Predator. Jetzt doch. Ich werde euch gleich töten. Hä? Aber du standst doch bei den Teams dabei. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Wahrscheinlich, weil ich so gut bin. Weil du mehr Punkte kriegst. Nein, aber ich... Der Macherschluss, dann nennt wir nicht nur noch einen Profi. Warte mal, sie ist über uns. Der gelbe Punkt, das ist sie. Was ist das für ein Punkt? Das ist doch so ein gelber Punkt auf der Karte. Sie ist in den Bäumen. Ich kann sie nicht sehen. Aber sie ist da. Irgendwas ist da in den Bäumen. Ich kann dich auch nicht mehr sehen. Warte mal, sie kommt. Nee, das ist ein Gegner, das ist sie nicht. Ich wollte gerade sagen, das bin ich, aber das war die andere Seite. Waren die nicht vorhin rot? Ja, ich... Also, dieser... Dieses... Hier dieses Ziel, was du siehst, da war sie rot, glaube ich. Du siehst aber jetzt echt besser aus als eben. Dankeschön. Ja, hast du ihn eben gesehen? Ich glaube, er war sogar schwarz oder so. Mit so Glatzkopf oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir wollen hier nicht rassistisch werden. Nein, aber so irgendwie... Oh, da hinten war noch einer. Rechts, den müssen wir töten. Töte du den mal. Ich schau mal eben die Punkte. So lange. Ach, das war echt nicht er. Ach, scheiße. Er war ja nach lange, genau. Der ist tot. Oh, hier war noch ein Benzinkanister. Das ist... Oh, da ist es sogar... Das sind Wildtiere. Ja, du musst die essen. Können wir die beiden nehmen? Du musst die essen, ja. Also nicht die Wildtiere, die Punkte, meine ich jetzt. Hattest du die gerade aufgenommen, hinten? Ich nehme da das blaue Zeug, was da rumliegt, ja. Ja, dann können wir die beide nehmen. Oh, tatsächlich, ich kann das essen. Igitt. Oh, oh. Die arme Sau. Oh, es tut mir leid. Oh, der geht in die Lichtern vielleicht zu leben. Oh, der hat den Alarm ausgelöst. Sackgesicht. Verstärkung ist auf dem Weg. Oh, der wird aber nicht schön. Meine Güte. Hey, hier drüben! Also, ich bin so ganz trab, weil ich mich da irgendwie definieren kann, wo ihr seid. Bis ich euch gefunden habe, seid ihr durch. Ach, der lebt noch mal. Ach so, da kann ich nur durchlaufen, dann sammle ich das an, okay. Oh, shit. Wieso hat, wo hat der mich erwischt? Verdammt. Was muss ich machen, wenn ich bei dir, uh, wenn ich bei dir bin? Weiß nicht. Vielleicht zeigt es dir irgendwas an. Ja, scheiße. 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 Entschuldigung, was? Da, da. Hast du gehört, diese weibliche Stimme? Ich lasse dich hier nicht hin. Wo müssen wir eigentlich hin? Ähm, keine Ahnung. Ach, ich sehe dich übrigens auf der Karte. Fällt mir gerade so beim zweiten Spiel ein. Oh. Ich auch. Du siehst mich auf der Karte. Oh, fuck. Sie sieht mich auch auf der Karte. Sie ist hier. Meine Güte. Was kann ich hier eigentlich... Scheiße. Oh, gefälligt auf. Ich blute. Jedenfalls nicht. Hopp. Stopp, du Sau. Verdammt. Genau. Meine Güte. Die ist aber ein bisschen... Ja, aber man sieht sie so überhaupt nicht mehr, ne? Bis sie dann vor einem steht. Sie ist viel zu schnell. Ich brauche ein größeres Messer. Da hinten kommt jemand. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Ja. Ich habe zumindest den Predator in meinem Schach gehalten. Ich bin fast draufgegangen, Mann. Ja, ich habe mich echt gefragt, wie viel du überhaupt aushältst, um da... Das war jetzt mega knapp. Also ich hatte schon die Option zum Aufgeben oder mich noch heilen. Ich glaube, da hatte vielleicht ein Schuss noch gereicht und wäre ich tot gewesen. Scheiße. Ich weiß, er hätte hierher gelaufen. Ja. Das wäre ich wahrscheinlich jetzt draufgegangen. Aber du warst dann irgendwie auch unsichtbar, bist dann hier hinter verschwunden. Dann habe ich mir gedacht, ne? Ich glaube, das war gut. Ich lebe noch. Sie ist bei uns in der Nähe. Pass auf, oben in den Bäumen. Nach einem Ladungsverzeichnis oder etwas Ähnlichem will ich mir besprechen, den Können der Sand, die Kanzel, die wir suchen. Scheiße. Sie sitzt noch hinten im Baum, glaube ich. Aber du hast gerade auch Probleme, ich merke schon. Jetzt. Ich muss den Alarm. Was ist? Wieso bin ich jetzt tot? Oh, ich bin. Ich sterbe ja wie. Du bist in irgendein Laser reingelaufen, glaube ich. Er sah zumindest so aus. Weil da war so ein roter Laser von oben. Ja. Oh, das war meiner wahrscheinlich. Moment! Habe ich dich in die Luft gesprengt und warst das doch... Nee, in die Luft gesprengt nicht. Ich brauche irgendein Tier. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kit. Ich weiß nicht, ob du das auch noch benutzen oder nehmen kannst. Ich? Nee. Ja, du nicht. Dich wollen wir jetzt nicht hier wieder beleben. Ja, kann ich. Verbrauchst du dann... Ja, du verbrauchst dann eins davon, ne? Ja, okay. Okay. Oh, Alarm auch. Scheiß. Der sagt aber nichts, weißt du. Der rennt dann einfach raus. Wir müssen hier zusammenbleiben. Okay. So liegt denn sein... Ach, ich bin blau. Ja, super. Ich bin hier gerade mit Rot am Laufen. Ja, mit Rot, mit Gelb. Was ist denn du jetzt? Hä? Du bist wieder rein. Oh. Ich bin da drin stehen geblieben. Ja, stehen geblieben vor allen Dingen. Was müssen wir eigentlich hier machen? Ich denke mal, diese ganzen... Erst so vier von diesen Zielen lesen oder sowas. Zwei habe ich gefunden. Zwei Infos. Ich weiß nicht, ob die bei dir auch angezeigt werden. Als gefunden. Die Zeit läuft ab. Oh. Augen auf. Ich drücke hier dreimal die falsche Taste. Sag mir das nicht einer. Das ist aber noch... Wenn du da angehitet bist... Also ich regeneriere mich nicht selbst. Also ich muss jetzt wirklich gucken, dass ich irgendwie zu einem Tier komme, das ich essen kann. Das ist richtig verstanden. Ach, vielleicht ist das deine Heilung dann. Ja, weil ich konnte eins ja essen, nur so eine Wildsau. Aber ich habe jetzt eigentlich praktisch... Wenn ich jetzt nochmal auf euch losgehe, riskiere ich, dass ich sterbe. Erschreckt mich nicht nochmal so. Äh, Sprengstoff finden. Okay. Ach so, ich könnte das nicht... Da sind aber doch zwei Punkte eingezeichnet. Was bedeuten denn die... Ach, hier ist was. Wobei man... Äh, irgendwas mit Waffen. Ach, hier kannst du Waffen wechseln. Cool. Kann ich das auch nehmen? Da hinten ist auch nochmal so ein Punkt. Ne, jetzt ist der Punkt weg, ne? Jetzt ist der Punkt hinter mir. Ach so, Alarm deaktivieren. Okay, also ich habe jetzt mal den Alarm deaktiviert. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Ich kann die XP, die ihr einsammeln könnt, kann ich übrigens auch einsammeln. Echt? Ja, diese lila Degenstar. Ja, und die blauen. Also mehr blaue. Ich denke mal, die lilanen sind größer oder so. So kann ich das jetzt nicht mehr. Ich habe den Sprengstoff. Der Sprengstoff ist perfekt. Ladung anbringen und Timer einstellen. Ich muss doch auch was einsammeln können. Nicht nur die Tiere, damit ich da irgendwie wieder ein bisschen was generiere. Der Klinge wieder. Komm doch einfach mal zu uns, hä? Nein. Ich wollte gerade sagen, Crew ist jetzt beschäftigt damit, weil sie sich nicht mehr traut. Ja, aber ich bin wirklich haupt tot. Äh, bewachen. Ach, die Scheiße. Mich würde es jetzt interessieren, ob ich eben irgendwie noch was machen könnte, damit ich dann wieder Leben kriege. Boah, was habe ich denn für eine coole Waffe bekommen? Oh, warum habe ich jetzt eine andere Waffe in der Hand? Hallo? Nein. Denkste. Au! War ich das? Oder war das der... Ich bin fast tot. Halt. Spritz dir was! Spritz dir was. Du Arsch. Meinst du jetzt uns, oder was? Nee, ich bin im Arsch. Ach, ich habe verstanden, du Arsch. Nee, nee, nee. Ich bin im Arsch. Wir wollen kein Mensch essen, oder so? Oh, oh, oh. Den Händler aufsuchen? Ah, der Predator ist hier. Vorsicht! Scheiße. Hast du sie gesehen? Ja. Sie wird mich wahrscheinlich gleich töten. Ja. Sie ist irgendwo oben gestimmt. Es geht dich doch nichts an. Jetzt sprüht sie da rum. Hä? Sie sprüht. Ich sprühe rum. Oh, jetzt habe ich gar keine Munition mehr. Jetzt geht mir auch noch die Munition aus. Hup! Hinter uns. Hup! Ähm, ich habe nur noch ein Messer. Hup! Scheiße. Das hätte ich nicht so laut sagen sollen. Sie ist bei mir. Bei mir. Fahrräg! Fahrräg! Geh drauf! Stirb halt nicht! Ach, kann ich euch? Nein, ist einer. Das auch. Hinter dir, hinter dir. Meine Güte. Andere Seite. Ich kann mich aber nicht mal heilen. Kann mich auch nicht mal heilen. Warte mal, komme ich da noch irgendwie zu dem Paket? Oh, warte mal. Oh, ich habe gar keine... Ich habe damit überhaupt gar keine Zielangabe hier. Ich weiß gar nicht, wohin ich ziele. Ich habe dieses Ding gar nicht mehr drin. Dieses Kreuz. Ich bin gleich tot. Ja, ich, ich liege hier. Aber ich konnte die Waffe auch nicht wechseln. Das sind die Einzigen, die ich noch hatte. Hilfe. Hilfe. Metzl, sie nicht. Wer bist du denn? Hinter dem Wagen. Andere Seite vom Wagen. Was hast du getan? Ich habe die Engel gesucht. Und gefunden. Aber im Main durften wir jetzt schon mal die Leiche des Predators bewachen. Das ist ja schon mal etwas. Das war nur Glück. Das war aber in dem Fall war es wirklich Glück. Ich habe nur noch diese blöde Zweitwaffe gehabt und keine Munition mehr. Und du standst auf einmal hinter mir. Und ich sage, scheiße. Aber du wirst nicht immer sichtbar, wenn du mich angreifst, oder? Das war jetzt irgendwie automatisch gemacht. Mich unsklar. Weil ich wahrscheinlich so verletzt war. Ja, aber gerade dann müsste der dich eigentlich unsichtbar machen. Keine Ahnung. Hm.